Prädikat ausgezeichnet Franziska Tiburzius und Emilie Lemus Man nennt sie immer noch Tempel der Wissenschaften oder Alma Mater. Und in der Tat waren die Universitäten seit ihrer Gründung im Mittelalter heilige Hallen, die ein junger Student mit frommem Schauder betrat. Man sprach Lateinisch und hielt auf sich. Hier sollten sie blühen, die Liebe zur Weisheit und der Drang nach Wahrheit. Und wer sich zu den Dienern dieser höheren Zwecke zählen wollte, musste dafür qualifiziert sein. Es verstand sich bis vor gut 100 Jahren von selbst, dass die Hälfte der Menschheit, die weibliche, außen vor zu bleiben hatte. Ausnahmen hat es immer wieder gegeben. Insbesondere in der Heilkunst machten ab und an Frauen von sich reden, die aufgrund von Sondergenehmigungen universitäres Wissen erworben hatten. So Dorothea Christiane von Erxleben, die von ihrem Vater zur Ärztin ausgebildet worden war und durch die gnädige Erlaubnis Friedrichs II. von Preußen im Jahre 1741 in Halle promovieren konnte. Aber solche Paradiesvögel schufen keine neue Norm. Sie waren die Ausnahmen, welche die Regel bestätigten. Frauen hätten an den Hochschulen nichts verloren. Es gab jedoch ein jahrhundertealtes weibliches Wissen, das außerhalb der Universitäten und Hochschulen vom Kräuterweiblein zur Geburtshelferin und von dieser zur Familienmutter weitergegeben wurde. Außerdem achtete man in alten Zeiten die Erfahrung der Großmütter. Sie konnten als Hebammen bei einer Entbindung wertvolle Hilfe leisten, weil sie, anders als die männlichen Doktoren, am eigenen Leibe erfahren hatten, was bei einer Geburt geschieht. Die Neuzeit definierte die Wissenschaften noch einmal um. Sie sollten exakt sein und ihre Resultate der Überprüfung standhalten. In der Medizin hieß das, weg mit der Gesundbeterei und den Kräuterweiblein. Auch das Hebammenwesen wurde von der akademischen Ärzteschaft erbittert bekämpft. Nur wer einen universitären Abschluss vorweisen konnte, durfte Kranke behandeln und Kindern auf die Welt helfen. Da aber nun keineswegs im Gegenzug die Universitäten für Frauen geöffnet wurden, hieß das, weibliches Wissen um die Heilkunst wurde entwertet. Die Praxis von Frauen am Kranken- und Wochenbett kriminalisiert. Die männliche Ärzteschaft besetzte das Feld der Medizin bis in den letzten Winkel. Das Bedürfnis vieler Patientinnen, sich zum Beispiel als Schwangere einer heilkundigen Frau anzuvertrauen, blieb indes bestehen. Die Nachfrage nach Ärztinnen war vorhanden. Es sollte ihr aber, so wollte es die Zunft der Mediziner vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert, kein Angebot gegenüberstehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Situation unhaltbar. Immer mehr Töchter aus dem Bürgertum klagten ihr Recht auf höhere Bildung ein. In England, Amerika und Frankreich wurden Kollegien gegründet, auf denen junge Frauen ihre Liebe zur Weisheit ausleben konnten. In deutschen Landen tat sich lange nichts. Noch kurz nach der Jahrhundertwende brach der Reichstag in Berlin, wie berichtet wurde, in schallendes Hohngelächter aus, als erstmals von weiblichen Ärzten die Rede war und von der Frage, ob man sie zulassen solle. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Die erste Mutige Frauen verändern die Welt Von Barbara Sichtermann und Ingo Rose Gesprochen von Julia Fischer Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!